Ja, weil Bruder Antonius natürlich auch was sagen will, der hier in unserer Mitte sitzt. Er ist im Aufsichtsrat, im Generalrat, im Hospiz und in der Stiftung, Brüderstiftung. Bruder Antonius, dein Statement zum Motto entschieden für Menschen? Ich komme ja gar nicht zu Wort. Ich bin froh, dass ich mich einsetzen darf für die Menschen.